so ich habe jetzt hier mal diesen also ventilator und weil in der in vielen rezensionen gesagt wurde dass der so laut ist dachte ich nehme einfach mal die lautstärke auf also ich finde ihn jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders laut aus diesem grund mache ich den jetzt einfach mal an so das ist stufe 2 ich schalte ihn einfach noch mal auf stufe 1 so das ist stufe 1 und das ist noch diese drehbewegung wenn die dazu kommt die macht aber nicht wirklich so jetzt schalte ich auf stufe 2 und dann noch mal auf stufe 3 gut jetzt ist schon etwas lauter aber ich würde stufe 1 der macht schon richtig ballett also da kommt richtig wind und der ist ja nicht wirklich laut finde ich hier noch mal zum vergleich jetzt lusterleise ok das war's